Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute wieder am Joggen und wo ich das mache und wie lange ich das tun will, erzähle ich nach dem Intro. Heute bin ich in Landsberg. Landsberg ist bei Halle an der Saale und ich bin hier beruflich unterwegs und habe aber heute ein bisschen früher Schluss sozusagen, hatte heute Zahnende an der Lesung in Halle, mein Hotel in Landsberg und gehe jetzt 90 Minuten laufen. So ist der Plan. Wenn ich jetzt 90 Minuten gelaufen bin, habe ich mein Soll für heute erfüllt, ist alles cool, kann ich ins Hotel, habe ich schon was zu futtern bereitgelegt. Dann geht's los. Endlich was futtern. Habe ich jetzt nicht gemacht eben, weil mit vollem Bauch laufen gehen ist kacke. Das mache ich eigentlich ganz gerne vor dem Abendessen laufen gehen und dann ein bisschen schlemmen. Dann geht das schon. Klappt ganz gut. Also ich laufe jetzt eineinhalb Stunden, melde mich zwischendurch. Wir sehen uns gleich. Ich habe schon Bergfest, dreiviertel Stunde, habe schon hinter mir, laufe hier so über die Felder und dreh gleich rum, um dann wieder in Rückzug anzutreten. Das heißt, der Rückweg ist auch wieder dreiviertel Stunde und dann habe ich meine 90 Minuten zusammen. Läuft alles super, ist relativ warm heute, deswegen ist das Lauf nicht ganz so super angenehm, aber ist okay. Der Weg ist ein bisschen unwegsam, sagt man, aber naja, passt schon. Ich will ja keine Rennen fahren, weil ich will ja nur ein bisschen jobben. Klappt schon. Also ich werde mich gleich, wenn ich schon ein Stück weiter bin, gucken wir mal, was die Beine sagen. Bis jetzt ist alles gut. Ich bin jetzt bei der Stunde und es ist alles cool. Beine sind super. Halbe Stunde schaffe ich noch locker. Ich bin schon auf dem Weg zurück zum Hotel und wenn ich dann meine 90 Minuten habe, melde ich mich gleich. Super. Alles geil. Ich fühle mich gut. Trotz Lauferei. Ist nicht selbstverständlich. Ich bin mittlerweile bei 80 Minuten und habe mich mit dem Weg ein bisschen vertan. Ich dachte, also ich schneller bin auf dem Weg, aber ich brauche jetzt doch wahrscheinlich noch deutlich über 90 Minuten, bis ich wieder da bin. Aber es macht nichts. Ich muss ja irgendwie zurück. Irgendwie muss ich ja zurück und deswegen ist es eigentlich eine ganz gute, willkommene Steigerung meines Vorhabens heute. Es ist gerade relativ warm. Deswegen schlaucht es ein bisschen hier. Aber ist alles gut. Ich kriege das noch hin. Noch gut 12, 13, 14 Minuten. Mal gucken. Und dann bin ich da. Ich bin jetzt 96, bin unterwegs. Noch eine Minute, dann bin ich da. Ist gleich geschafft. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Cheerio mi Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. War anstrengend heute. Weil warm und lang. Aber das nächste Mal wird wieder besser. Ich verspreche es. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.